Ich finde Herrn Sattelberger einen markanten Typen. Markante Typen hat diese Republik zu wenige. Und vor allen Dingen weiß ich, dass zum Beispiel der Herr Sattelberger ein hochintelligenter Mensch ist, der auch nicht in Kategorien, in festen Kategorien, also in Schubladen denkt. Die Person Thomas Sattelberger, die mich immer schon begeistert hat. Also dieses Engagement, Vorbringen von Ideen, das finde ich toll. Er füllt Freiheit und Verantwortung aus, das lebt er. Und da kann man gar nicht dran vorbei und deshalb überzeugt er auch so sehr. Ich finde er ist sehr kämpferisch, er ist richtig mit Vollblut dabei und ich hoffe, dass er viele Mitstreiter bekommt. Er ist ja eigentlich ein Phänomen, was es eigentlich bei uns sehr selten gibt. Auf jeden Fall wird er sich bemühen, in die richtige Richtung zu gehen. Er ist ziemlich genau der Gegentyp von den Leuten, von denen man sagt, ja, direkt aus dem Hörsaal in den Plenarsaal. Er weiß, wovon er redet, er weiß, was er erlebt und entschieden hat und deswegen kann er was für unser Gemeinwohl tun. Thomas Sattelberger ist ein leidenschaftlicher, hochaktiver Querdenker, der Aufgaben übernimmt. Und er ist nicht so formatiert wie viele andere Politiker, der kennt keine Floskeln, sondern der wirkt immer kämpferisch und er möchte etwas bewegen. Also dem Thomas Sattelberger traue ich ja einiges zu. Temperamentvoll, engagierter Liberaler mit einem unglaublichen Kampfgeist. Und dann glaube ich, dass er vieles bewegt, weil er sprüht vor Initiative und vor Kämpfergeist. Dass er weiß vom Wasser redet, weil er ja selbst es schon gemacht hat, dass er nicht aufgeht. So kann man gestaltende Politik für die Bevölkerung ganz einfach machen. Ich finde ihn als Person sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend und dass es eben Leute gibt, die aus der Wirtschaft kommen, die eben viele, viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet haben, die wirklich die Praxis kennen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert an ihm und großartige Geschichte ist, dass er auch in den Bundestag geht, aus Passion raus und damit wirklich mit Leidenschaft irgendwie was bewegen möchte und das sind die Menschen, die wir in unserem Land brauchen.